so die dauern alle ein bisschen das bauen hier das dauert alles so lange von den urugs ist man viel besseres gewohnt alles geht schneller mehr schaden halt mehr aus ich weiß nicht mal wie ich die einheit nie heilen kann außer jetzt einfach schlachten ja bleibt hier erstmal ich übernehme erstmal die untere brücke so kommen noch dazu ja man hat man schneller genau wenn die damit werde ich jetzt einfach die türme kaputt schießen wir müssen irgendwie ihre katapulte zerstören ich kann so kotzen bei diesen drecks katapulten wir können die vielleicht vor Bitte. What? Zerstört das erstmal. Schnappt euch die jetzt. Yo! Ich könnte heulen bei so großer Dummheit. Ich meine, es sind Orks, aber... Oh, ey, ich... Nein! Nein! So... Übernimmt erstmal dieses Lager da. Ist das hier so ein kleines... Sehr! Jetzt können sie sich nirgends mehr verstecken. Ihre Reiter sind vollkühn. Zieh auf ihre Pferde! Wo? Los, mach schon! Wir frei, reiß und ab! Die Orks sind zu schwach. Schick die Trolle! Oh! 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 Ich bekomme Nazgul! Das wäre ja mal fett. Aber ich glaube, zu schön, um wahr zu sein. So, ich glaube, ich muss... Wir werden abgegriffen! Ich... Der denn hier? Ich glaube, ich würde noch ein kleines. Die... Nein. Okay. Ich muss härtere Geschütze auffahren. Die Pferde gehen nämlich nicht tot. Wo ist mein Nasegugel? Der müsste doch schon fast da sein. Ah, ist er. Spastis. Ja, ihr müsst euch trotzdem bewegen. Auch wenn die tot sind. So, meine Orcs. Ich habe auch nur die Hälfte von denen gebaut. Ich brauche mehr Orcs. Was machen die hier, ey? Wollen die per Hand das zerstören, oder was? Spisst euch. Wir werden hier nicht rasten. Geh mal weg da. Bewegt euch. Jetzt wird gekämpft. Und? Gut. Wir haben uns auf. So. Äh. Troll. Käfig. So. Oh. Egal. Scheiß drauf. Habe ich halt mehr davon. Ostlinge. Ja, fett. Muss ich nur ordentlich hier Viecher herstellen. Ich werde die jetzt einfach überrennen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde hier ganz viele bauen. Davon ganz viele. Ist mir egal. Da geht er einfach hin. Ramböcke. Die sind ungefährlich. Einfach hier jetzt hin. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich weiß, dass es das Hauptlager ist. Trotzdem will ich erstmal eine Armee haben. Zurück. Nicht zu nah an die Penner dran. Die müssen alle ein bisschen näher ranstehen hier. Meinetwegen könnt ihr euch verbinden. Ne. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Suche ein Baum. Auch zum Fressen. Feuer einstellen. Okay. Ui. Gezielter Schuss. So, damit die ein bisschen... Damit die ein bisschen hier Form kriegen. So, mal schauen. Ein Strike bekommt er nicht hin. Nicht ganz. Drei von sechs. Und die nächsten drei. Davon brauche ich jetzt ein paar. Oh, das dauert zu... Wer ist das? Achso. Achso. So. 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 Das ist echt zu viel, ey. Steht ein bisschen enger zusammen. Da sind schon die ersten Ostlinge. Ja, fett. Mal schauen, wie die sich schlagen. Ach, sind sowas wie Lanzenträger oder was? Ja, auf jeden Fall müssen die näher ran. Alle so ein bisschen näher ran. So, das war's. Das ist meine Armee. Die ist krass groß. Mir gefällt die zwar nicht, aber... Die ist krass groß. Boah, ey. Die ist bildschirmfüllend. Alter. Tut euch das mal an. Das ist die komplette Armee. Damit... Damit werde ich echt dieses Land erobern. So. Hä? Wieso wird der Nazgul nicht mitgezogen? Ja, ihr... Das ist ein bisschen weiter nach vorne hier. Drängelt euch mal ein bisschen durch. Hier stimmt einfach das Ding. Ich hab keinen Bock mehr, die Brücken irgendwie... Irgendwas dazu machen. Einfach mit der schieren Masse hier alles zerstören. Finde ich nicht so effektiv... Wie die anderen Rassen. Ich vermisse da irgendwie irgendwas. Ja, das ist der Nazgul. So sieht der aus. Sieht ein bisschen wie Loch Ness aus. Nur mit Flügeln. Ja. So und nicht anders. Irgendwie ist das nicht so mit dieser Masse statt Klasse Taktik. Taktik von den Mordor Orks hier. Nicht mein Fall. Ich weiß nicht. Die Viecher dann den Tod schicken und dann gehen die auch noch voll schnell down. Und... So viele einzelne Einheiten und... Was ist jetzt los? Ach, ich muss als Kankra... Frodo erschlagen oder was? Ja, wenn ich hier Frodo aufhalte... Dann hat sich da erledigt. Dann muss ich ja nur noch Gondor erledigen. Dann hab ich die ganze Welt im Griff. Ich schaffe hier deine Krieger. Füttere... Frodo... Kankra. Oh, geil. Smergol kennt den Weg. Autoreparatur. Zitadelle. Mordor Orkrube. Orkrube auf jeden Fall. Isengard Rüstkammer. Das ist auch gut. Und dann erstmal hier die... Ach. Ich hab gar keine Einheiten oder wie? Ich kann ja hier gar keine Dings bauen. Oh, dann muss ich mit diesen Einheiten hier... So gefährlich. So gefährlich. Kommt. Eif euch. Okay. Brauche ich erstmal hier so Bauernhöfe. Schlacht... Kammern. Keine Zeit zu verlieren. Dunkel. Ausgerufe. Sieht weg hier. Gold? Oh ja. Da ist Gold. Eilt euch. Hier. Hier. Hierher. So. Haben wir ein bisschen Gold bekommen. 700. Damit kann ich ein paar Orks bauen. Orks meine ich. Ein Pärchen davon. So. Scouten wir erstmal. Wo ist Kankra? Kankra ist irgendwo hier. Hier. Ah, wird die denn größer? Oder wie? Wie? Mit Orks. Cool. Ach, das sind auch noch Uruk-hai. Scheiße. Fuck. Hoch mit euch, ihr Maden. Da sind sie. Was ist meinst? Ah. Okay. Komm ja von überall, ey. Was ist denn was hier? Ja, Gollum? Machst du irgendwas dazwischen? Yo! Da kommen ja krass viele Einheiten. Da muss ich hier ordentlich... Ah, Mann, ey. Sind das viele. Die mit dreckigen Orks füttern sollen. Ich dachte, sie wären Orks. Und dann waren es auf einmal Uruks. Ja, die kommen immer so im Doppelpack. Jo! Was ist denn jetzt los? Sind die nicht auch so schon voll stark? Am besten kommen noch welche von hinten oder so. Ach, da sind Waldläufe auch noch so starke. Äh, übel. 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 So. Kommt da noch was? Nein. Das hier. Den hier zusammen. Ich muss hier echt ein bisschen aufpassen mit meinem... Gold. Wo füllen die denn die ganze Zeit hin? Ist die blöd? So. Die packe ich ja wohl. Ah, da sind sie. Okay. Boah. Die sind echt richtig stark. Guck mal, wie langsam die totgehen. Voll stark. So. Für dieses habe ich gleich Gold, um neue Einheiten zu kaufen. Diese Idioten legen sich mit mir an. Moment mal. Ochs. Ja, hier kosten die natürlich auf einmal nur 100. Ja. 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 Ich habe gehört, ich kann unendlich viele davon bauen. Und keinem fällt es auf. So, mit denen erkunde ich hier weiter die Gegend. Da ich mit dieser Armee eh nichts weiter anfange, glaube ich, kann ich hier einfach die Figuren verpulvern. Also auch die mal in den Tod schicken oder so. Ja. Ja. Das Ding ist, hier gibt es Gold, was ich eigentlich auch nicht mehr brauche. Oh, egal. Scheiß drauf. Ich will nur noch diese Mission durchbekommen. Ich sammle da hier irgendwie die Orks. Mit denen, falls diese Armee hier irgendwie schief läuft, komme ich mit denen nochmal nach. Ich muss eigentlich nur mit denen die ganze Höhle absuchen, ne? Am Eingang sind die irgendwie. Der Eingang ist hier doch... Oh. Näh. Falscher Weg oder was? Yo. Yo. Wo kommt die denn her? Ich gehe jetzt wieder ab. Yo. So, greift an. Zu dritt. Mal gucken, ob die das schaffen. Ich glaube, die schaffen das nicht mal. Was mir letztendlich auch egal ist. Jetzt, ey. Mann, ey. So schlecht. Einfach schlecht. Es geht hier hin ab. Nee, es ist so weit. What? Und greift sie an. Diese Ork-Krom hier. Jetzt können die ihre Kraft entfalten. Jetzt können die die auch, äh, surrounden. Das ist so weit, äh. Das ist so weit, äh. Das ist so weit, äh. Vielen Dank.